Madjo, was ist mit Pumpen, Alter? Hast du einen Armin? Ja. Hattest du einen Cousin oder so heute von dir hier? Weil unten steht jemand, der sagt, er wäre ein Cousin von dir. Wie heißt er? Arda Ur. Nee, ich hab keinen Cousin. Das ist ein Türkischer Name, ich will nicht. Lass den mal rein, mal gucken. Lass den mal rein, bring den mal hoch. Das ist alles Frechste, wenn ich mein Messer im Hotel vergesse. Hey, Cousin, wie geht's? Wie geht's dir, mein Cousin? Hey, sagst du mein Cousin, Mann? Hey, sagst du mein Cousin? Hey, Cousin, alles klar? Mein Cousin, sagst du mein Cousin. Hey, komm mal rein! Hey, Cousin! Hey, Cousin! Hey, Cousin! Hey, Cousin! Joseph, was ist los? Was ist denn los mit dir? Alles gut? Hey, Mann! Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Wie? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dem? Stimme so laut wie es geht. Dann kann ich mir heute Abend noch eine Shisha rauchen. Von dem Konzert? Wie für Sie ab здесь? Mal someplace... Tschüss. Hyo-huh-huh-huh! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.